Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Rundgang durch die Bibliothek des Zentrums für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Die Bibliothek befindet sich in der neunten Etage des Telefunkenhochhauses am Ernst-Reuter-Platz. Unsere Bibliothek steht allen Studierenden und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Sie können sie ausschließlich mit dem Fahrstuhl erreichen. Bitte melden Sie sich an der Theke an, um einen Schlüssel für ein Schließfach zu erhalten. Sie benötigen dafür ein Ausweisdokument, zum Beispiel Ihren Studierendenausweis. Der Verzehr von Speisen und Getränken ist in der Bibliothek nicht gestattet, allerdings darf eine Flasche Wasser mit an den Arbeitsplatz genommen werden. Im Eingangsbereich finden Sie immer eine Auswahl der neu eingegangenen Zeitschriften und Monografien. Unsere Bibliothek ist ausschließlich für die Präsenznutzung gedacht. Das bedeutet, Sie können die Medien nicht ausleihen. Den überwiegenden Teil der Bücher finden Sie in thematischer Freihandaufstellung im Lesesaal. Die aktuellen Jahrgänge unserer Zeitschriften sind im vorderen Bereich des Lesesaals untergebracht. Gegenwärtig haben wir einen Bestand von über 43.000 Medieneinheiten und 260 Zeitschriften. An unserem Buchscanner können Sie einzelne Ausschnitte aus Büchern und Zeitschriften scannen und auf einem USB-Stick speichern. Bitte bringen Sie Ihren eigenen Stick mit. Am Ende Ihres Besuchs legen Sie Ihre Bücher bitte auf den Rückgabewagen. In der Regel finden Sie alle Literatur ab 1946 hier im 9. Stock. Unsere wertvollen Bestände, die RARA und als Broschüren gedruckte Publikationen sind an Sonderstandorten untergebracht und können an der Informationstheke erfragt werden. Das Magazin ist nicht öffentlich zugänglich. Hier steht unsere Literatur, die vor 1946 erschienen ist und einige weitere Themengruppen. Über die Jahrzehnte hat das ZFA eine Vielzahl besonderer Sammlungen erhalten, wie zum Beispiel die Kopien der Nürnberger Prozessakten. Die Bibliothek besitzt einen umfangreichen Bestand an Mikrofilmen, unter anderem von historischen Zeitschriften. Das Mikrofilmlesegerät erfordert ein wenig Übung in der Benutzung. Wenn Sie mit Ihrer Literatur in absehbarer Zeit weiterarbeiten möchten, können Sie die dafür notwendigen Bücher als Handapparat zurücklegen und bei Ihrem nächsten Besuch wieder nutzen. Für die aktuellen Öffnungszeiten und Nutzungsmodalitäten schauen Sie bitte auf unsere Homepage. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Bibliothek Die Bibliothek Vielen Dank.